Der Bauer ist die kleinste Figur. Er hat einen Wert von einem Punkt. Ein Bauer bewegt sich ein Feld vorwärts, es sei denn, es ist der erste Zug dieses Bauern. Wenn es der erste Zug des Bauern ist, kann man entscheiden, ob er ein oder zwei Felder zieht. Er ist der einzige Stein, der niemals rückwärts ziehen kann. Wenn ein Bauer die andere Seite des Bretts erreicht, wird dieser Bauer in eine Dame, Turm, Springer oder Läufer umgewandelt. Der Bauer ist die einzige Figur, die anders schlägt, als sie zieht. Der Bauer zieht gerade und schlägt schräg. Auf wie viele Felder kann die Figur ziehen? Maximal vier Felder. Spezialitäten. Der Bauer ist die einzige Figur, die nie nach hinten ziehen kann. Und er ist die einzige Figur, welche anders schlägt, als sie zieht. Wenn ein Spiel beginnt, hat jede Seite acht Bauern. Der Bauer ist die schwächste Schachfigur, kann aber in jede andere Schachfigur außer einem König umgewandelt werden.